Ich mache jetzt auch viel bei YouTube. Mein bekanntestes Video habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Hat ja schon 18 Millionen Klicks. Fünf Typen, die gleichzeitig an mir rumschrauben und ich sing dazu Somebody's that I used to know. Nicht schlecht. Und viral war das auch. Die haben sich dabei alle was eingefangen. I like. Somebody's that I used to know.